Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Der Wolfenstein, der Old Blood Und weiter geht es hier an der Tür, wo wir aufgehört haben das letzte Mal Und was dahinter ist Das ist schon mal eine Rüstung, die nehmen wir mit Ah nicht, müssen wir jetzt eh hier runter Was ist hier noch? Heilung ist immer gut Was zu essen Auch komisch, die sehen wir natürlich nicht So Und wieder ein bisschen Kackseln Und falsch Krabbeltent da an der Wand, das ist ekelhaft Ah So, rechts oder links? Geh mal hier, da liegt was Gold, okay In dem Spiel gibt es einige Sachen Äh, wo man finden kann Ob ich jetzt alle finde, glaube ich nicht Aber was ich so sehe, das nehme ich halt mit So, da sind wir dann dicker Wieder den Strom abstellen Oder wir schießen War vielleicht besser denn Nicht Nein, nicht zu mir Lauf schön weiter Gegen zwei Leute ist ein bisschen knackig Aber er läuft hier hin Und dann dreht sich der andere wieder um Ich hab ihn schon gesehen Ich hab ihn schon gesehen Ahhhh, fall noch um Genau Oh Oh, das war knapp Das war sehr knapp Uiuiui Na ja, hier wird der Strom gewesen Aber wird Das ging ja noch gerade so gut Sehen noch was Heilung Dann wieder ein Park-Auto-Mod Die Energietunde drehen Hm, kann man wieder nicht mitnehmen, die Waffe Hier ist nochmal Gold Kann man den bis hier vorne schieben Seine Spur geht eh nicht bis da So Oh, da ist noch mit Er kann eh nicht weiterlaufen Tut mir leid, die und die Sonst erschießt er mich Äh, erschießt er mich So, ich Weißt er mich noch So, wo ist der Dicke jetzt? Da ist er Hier kam er raus Da durch die Tür dann Na, der kommt schon wieder Müssen wir kurz warten So schnell kann ich das Den Strom auch nicht ausmachen So So Jetzt aber Der schläft Okay Warum schläft der da? Na ja, gut für mich Hier noch was Anscheinend nicht Aber Da wird er sie noch wissen Die Kameraden mal kaputt machen Nehmen wir mal die Waffe lieber mit Nehmen wir mal die Waffe lieber mit Nehmen wir mal die Waffe lieber mit Vielleicht brauchen wir es ja gleich Habt ihr schon mal Irgendein Wolfenstein gespielt? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben Mich auch mal interessieren Oh, da sind viele Oh, da sind viele So Da ist ein Oh, da ist auch einer Ja Können wir den vielleicht auch so schießen Zwischenspeichern geht hier nicht Das macht es automatisch Wir probieren es auch nochmal Knapp 100 Schuss braucht man Hm Die Waffe dreht sich schon bei ihm Kann man hier auch durch? Ne Da muss man doch die Tür aufmachen Ich denke das haut hin Der sieht mich nicht Da ist sehr bescheuert Die Tür Schauen was der vorher da Hm Okay Muss ich anscheinend die Wunde erledigen Ohne wirkliche Waffe Kann man hier rein? Ne Da kann man rein Oh oh Graf, Sundy Ah, da kann man nicht rein Ah, schnell, schnell, schnell Hier zeigt es irgendwas blaues an Oh, er schläft Gehen wir doch mal da rein Gehen wir doch mal da rein Gehen wir doch mal da rein So, hier geht es weiter Hier links war da geradeaus Da ist nix Da ist nix Oh, da ist noch Gold Ach gut Vielleicht braucht man es ja irgendwann mal ganzen Goldbarn So So, was zum Klettern Da ist vielleicht was Oh ja Hier ist was zum Klettern wieder Ohne, meinst Ohne, meinst Ohne, meinst Ohne, meinst Da ist der Weg Jetzt sind wir anscheinend in einem anderen Zellenblock gelandet Irgendwo war doch ein Dicker Oben Die Hunde schlafen Also für Hundefreunde ist es Spielen schon mal nix Kommt ja nicht drumrum zu erledigen Hey, der zieht mich vielleicht Ey, der zieht mich vielleicht Wollen wir hier rein Da ist doch der Dicke Ah, nimm es doch Oh oh o o o o o oo o o o o o o o o o gerade so noch jetzt sind wir hier oben haben wir die Waffe nochmal mit kann man hier wieder nicht mitnehmen schreit denn da so jetzt bin ich im Zellenblock da ist einer ob der feindlich ist was erzählt er denn erzähl mir von dem Geheimnis was weiß Helga ich glaube der ist schon länger da bisschen verwirrt der Mann du verwechselst mich mit jemandem eine Sekunde lang ist denn ja lauter so Bisschen freaky hier die Leute hier passiert der war anscheinend schon länger hier mit den ganzen Strichen schlafen was soll ich hier schlafen was denn jetzt das ist aber der ganz alte Schuhe noch sehr witzig was muss ich hier machen da ist ein Hund drin komm her das ist jetzt meine Aufgabe hier also noch ein Hund was muss ich denn hier machen habe ich hier den Raum angeschaut jetzt habe ich wieder Stolen-Money die ganzen Türen hier jetzt mal da hinten durch rechts, links, rechter, rechts das passt irgendwie jetzt gar nicht in das Spiel war ganz witzig mal aber oder ist das denn wenn man da irgendwo hinlegt und schläft ändern kann man da auch nichts also wenn das immer ist muss ich da hinlegt oh jetzt bin ich auch hier verjagt dann mache ich das nicht nochmal also Pistolen-Money ich bin noch nicht fertig rechts, links, links rechts also ich weiß echt gerade nicht ob man sich echt nicht erschießen lassen muss hier das mache ich jetzt mal das ist so ein Endlosspiel hm, okay also Schlafen ist nur Endlosspiel wo man irgendwelches Zeug sammeln kann na gut wissen wir das jetzt auch nein zurück und das hat er natürlich nicht gehört da kann man lang ja das war irgendwie ein Arsch dieses Oldschool-Zeug jeder oh oh soll ich denn den erledigen kann ich den von hinten angreifen ach so okay das stimmt na die Tür zu schnell da rein wie der Hund da kommt da kann ich nichts gegen den machen oh oh oi 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 und ja oi 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 äh 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 okay geh rein halt ja den Kommandanten aus okay probieren wir das mal noch eine zwei Einen haben wir schon mal. Da ist wieder eine Karte. Da ist doch einer. Ah, der kommt. Ich glaube nicht, dass man da rüber kann. Ach, jetzt schalten wir das gut. Ein Schuss reicht auch gut. Ich glaube nicht, dass man da rüberkommt. Was ist das? Oh, hier. Oh, Granate. Wo ist der Typ? Da ist er. Da ist noch einer. Er läuft weg. Oh, jetzt kommt. Oh, der hat einen Hund. Er hat einen Hund. Oh. Epp, wo denn jetzt? Ah. Ein Schiet. Das ist fast wieder leise. Sau, legt sich ja noch hin. Oh, nicht mit mehr Verstärkung. Oh, ich muss mal den Kommandanten hier finden. Wird er jetzt noch mehr Leute holt. Wo ist der Kommandant? Wo ist der Kommandant? Statt behalde das Ding. Oh. Ich brauche es sich gar nicht hier hinstellen. Oh, da ist schon wieder einer. Was ist hier drin? Wo ist dieser Kommandant? Oh, da stehen aber einige. Neue Munition voll, oh Kommandant, da bist du, du hast mich verraten, der Sau. Kampfpistole, okay, mach die. Scheint so kleine Explosionen schießt herum. Und scheint so ein Boot. Die ist nicht schlecht, aber nicht viel Schuss. Gehe mich gar nicht zurück. Du, 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 du. Da ist all die Löcher hier. Ei, 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 das hört er gar nicht auf. Wo ist noch einer? Da. Hey. Läuft er mit. Oh, schießt er irgendwo? Das sehe ich. Anscheinend nicht. Gut. Dann starten wir mal das Boot hier. Wahrscheinlich gar nicht dicke Wumme. Oh, irgendwelche Drohnen. Da vorne kommen wieder weh hier. Oh, wieso auch gleich leer. Wieso auch gleich leer? Ne. Achso, können sie auch drin lassen. Dann hat man nun endlich Munition. Ah, geht kaputt. Da ist er ungeschützt. Da oben war noch einer. Das war noch rein. Das war noch. So, wie es mit diesem Schalter hier weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge hier bei Wolfenstein, der Old Blood. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.